Gute Morgen, heute haben wir kaiserwetter und heute laufen zum Spiegelsee und wollen heute mal, wenn wir Glück haben, drei Gipfel machen, wenn wir gut drauf sind, machen wir zwei, machen wir Päscher, machen wir ja keinen, na ja, auf jeden Fall, wir gehen heute zuerst mal zum Spiegelsee, das ist da hinten der Dachstein, den man da hinten am Hintergrund sieht, wunderschön drinnen spiegelt und heute haben wir Paradewetter dafür. Also, wir laufen jetzt mal weit, so, jetzt haben wir den ersten kleinen Hubbel und, äh, ja, das ist der sogenannte Panoramapunkt, ne, und hier sieht man ganz weit, runter ins Tal, da unten ist das Schlattming und dann sieht man genau, da geht es auf das Hochplateau, da hinter dem Baum liegt dann Ramsau und das ist der Dachstein hier, da ist der komplette Dachstein und ganz hinten, da ist die Bischofsmütze, das ist ein tolles Panorama und gleich vor uns ist die Scheichenspitze und direkt darunter haben wir unser Quartier und Wetterchen haben wir heute, das ist schon super. Da vorne ist die Schobachspitz, der Schobachspitz, da hinten am Rippenteck und da ist die Gassenhöhe, da gehen wir gleich drauf. Ja, ja, und da sitzen die zwei, friedlich vereint. So, ist wieder wunderschön hier. Da geht es gleich hoch. Jetzt gleich waren wir noch auf der Schob der letzten Höhe von den Abfahrten von heute an, Gasselhöhe 2. Jetzt geht es nie noch, noch hier. Schnaufi, schnaufi, noch hier, noch hier. So, 30 Minuten und eineinhalb Stunden. Mal gucken. Und Jupp kämpft hier mit den Mücken. Achso, da unten. Da ist die Gasselhöhe und eins drunter ist die Reiterarm. Ja, herrlich. So, ich lege euch jetzt mal weg. Wir schnaufen jetzt mal und ein bisschen kommen wir noch schnaufen. Ne, naja, schnaufen. So, da sind wir jetzt kurz vor dem Anstieg. Letzten Anstieg auf die Gasselhöhe. Da gehst du jetzt quer zum Hang, gehst dann da hoch. Und oben wartet dann noch Gipferkreuz. Ja. Jetzt noch mal ein Stückchen zu laufen. Eigentlich nicht so besonders schwer. Aber die Sonnen knallt schon ganz gut. Aber lass uns nicht beschweren. Immerhin noch besser als Regen. So, da sind wir. Dann ist jetzt schon da. Weil die waren natürlich wieder schneller als der alte Mann. So, guckt euch das mal an. Ist das ein Panorama, Leute. Hier sind wir jetzt. Auf der Gasselhöhe. Mit Blick. Auf den Dachstein. Wir sind jetzt hier genau. 2100 Meter hoch. Die Gasselhöhe. Mit Blitzableiter. Herrlich. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ist das toll. Legst du mich schon davon. Und da sieht man schon den Gratweg. Den gehen wir gleich hoch zum Rippedeck. Heißt der? Ja. Das muss jetzt natürlich sein. Deine Kante, das Gipfelbuch raus. Dann schläft er mal. Ja, ne? Was hat das hier für riesen Brummen sind hier rumfliehen? Was ist jetzt hier irgendwo eine leiche Apfelsturz? Ja, das ist richtig. Also mit einem reichen Apfelsturz, einer Apfelsturz im Pflichter. Komm, Jupp, hier. Lässt du mein Leben. So, das ist jetzt tatsächlich so, wie man sich Erpen vorstellen. Ja, ne Schatz? Ja. Toller Gratweg. Mal Schnee reisten. Letzte Woche hätte man den nicht gehen können. Da lag noch zu viel Schnee. Da sind wir mal gespannt. Haben wir noch mit dem Schnee fahren müssen oder nicht? Ja. Und dann ist heute komplett Unterführerin. Da geht es weiter. So, das ist ein traumhafter Weg gehoben. Da sieht man den Spiegelsäler vorne. Und jetzt gehen wir hier noch an den Altschniffer vorbei. Und, äh, ich hoffe auf den Repet-Deck, das sieht so gut nicht aus. Weil da liegen nämlich noch ziemlich Schneefeller vor. Müssen wir gleich mal gucken. Sonst steige ich mal hier vorne. Also nach diesem Grad, da kann man runter gehen zum Spiegel. Sonst steige ich mal da ab. Müssen wir jetzt mal schauen. Das muss man kurzfristig entscheiden. Das ist aber trotzdem nach wie vor traumhaft. Und als Alpenneulinge ist das natürlich genau das, was man sich so vorstellt. Schatzi, da vorne ist eine Pfütze. Aha. So, und das ist natürlich genau das Richtige für den Höhenangstmischel hier. Aber ich glaube, da bist du, was die sagten, geht es runter zum Spiegelsee. Ja. Hinter der, hinter dem Ding, da kommt noch ein K. Da siehst du ja, da oben liegt einer. Ach ja. So. Und dann müssen wir mal gucken, wie, also wenn wir da durch Schnee hochstapfen müssen. Dann würde ich mal sagen, dann sparen wir uns das. Ja. So, wenn wir da an Rutschniewatt mit dem... So eine Sorte. Ja. Ja, ne. Wart nicht. Dann habe ich genau laut Busch. Dann gehen wir runter zum Spiegelsee. Das ist gut. Ja. Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich durchs Bild gegangen. Das war denn noch immer nicht. Ich glaube, das ist nämlich da ganz oben. Das war ja. Hier kommt jetzt See nach See runter. Das ist ja super von Traumhaft. Ja. Ja. So machen wir dort. Jupp hier wird jetzt nicht gehübt. Fein. Ich rieche euch mal wieder weg. So. Da vorne seht man den Obersee. Der schimmert noch bläulig. Der ist noch vorne mit Schnee. Und dann geht es runter. Das ist der Spiegelsee. Und ganz hinten sieht man wieder die Reiter an. Da vorne seht man wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, auch nicht. Auf jeden Fall versuchen, was? Und hier ist ein Kapellchen. Kann ich jetzt mal grad gucken. Ja, das ist der heilige Leonard. Die Schäfchen, die kann sich eintragen. Atemberaubend. Ausriegel. Und auch hier ist der Christophus. Guck. Fein. Jetzt sieht man das hier so ein bisschen. Das ist also der Sölkpass, der übrigens schon seit fast 5000 Jahren benutzt wird. Aber meistens auf Saumfahrten früher. Und... Da ist das Kapellchen. Und erst nach dem zweiten Weltkrieg hat man hier tatsächlich die Straße gebohrt. So, wir gehen jetzt mal da hoch. Ach. Mutter, hast du Sorge? Nein. So kann ich nicht. Meinst du, wir schaffen das? Da sieht man so richtige Gewaltfelder hier. Sehr schön. Packen wir mal ein. So, da sieht man hier. Wir gehen jetzt quasi. Queren jetzt hier die Flanke hoch. Mal gucken mal, wie es dann weitergeht. So, dann pack ich euch mal wieder weg. Mitten im Hang. Guck mal hier. Da geht es jetzt hoch. Und man hat doch recht schnell an Höhe gewonnen. Da unten ist das Gehörschlein. Da sind wir losgegangen. Und da hat jeder mal einen schönen Blick tief runter ins Tal. Toll. Tolle Landschaft hier. So, da gegenüber sehen wir mal die Kartenmachsee. See Henn, viel mehr. Und ganz oben ist der Denek. Da liegt aber noch gut Schnee drauf. Gut, ob wir die Tour dann nicht gemacht haben. Denn, ihr erinnert euch. Schnee ist nicht, dann ist der Lieblingsuntergrund. Aber das wäre mir auch zu gefährlich jetzt da hoch. So. Einen Blick. Sekunden kommen wir her. Da geht es schon ganz schön tief. Traumhaft. Wirklich traumhaft. So, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. So. Ich glaube, alle Zimmern wollen wir jetzt nicht mal bis zum Gipfel. Daniel und Jupp gehen voran. Und mein Zimmer auch auf der windabgeschiedenen Seite. Da ist es nicht mehr so kalt. Wenn man das teilen hat, singen wir mal an. Okay, wer hat mich haltitet. Ja, gib mal drehen. Wie geht's dein? Juppi! Yop! Jop! Jupp! Oho! Juppi! Juppi! Oho! Und da hinten ist dann der See. Wir gehen raus aus dieser Knutscherei. und filmen den See und den Berg. So, hi. Hallo. Also fast wären wir auf der Hornfeldspitze gewesen, aber nur fast, weil, also was ihr da seht, das ist die gar nicht. Da oben ist einfach von Graz Hornfeldspitze und so weit sind wir auch gelaufen. Dann hat aber Dani heute nicht die richtigen Beine und auch kein gutes Gefühl. Und darum haben wir das einzig Richtige gemacht, dann haben wir halt Schluss gemacht und sind umgekehrt. Ja, wir waren zwei Jahre oben gewesen, aber ist nicht schlimm, ne? Ne, macht es ja nichts. Ne, man soll gerade in den Bergen kein Risiko eingehen. So, und trotzdem war es schön. Es war schon ein gewaltiger Barsch, muss man sagen. Hat Spaß gemacht. Also, jetzt fahren wir wahrscheinlich noch zu dem Salsa-Wasserfall. Richtig. Da haben wir nur 53 Höhenmeter. Alles klar. Peter. Ich pleuche Spaß gemacht. Peter. Ich schließe fest. incorporated resistor! Politiker. Se sind. so sieht doch idyllisch hier aus, ne? sehr idyllisch, ja. so jetzt gehen wir mal ein stück weiter man hört das schon ein bisschen rauschen nach vorne kommt er hallo da ist der bekannte salzerwasserfrei wo gefühlt in jeder zweiten staffel ein bergretterhund bespringen aber schon schön, ne? ja, das muss man gucken Jupp zeigt sich schmühlen, ist beeindruckt sagt aber das Wasser schmühlen ja, das soll schon was heißen, ne? hä? das soll schon was heißen, der Jupp ist ja sehr... echt nicht kann auch gleich, ich kann auch schon an die Seite gucken gehen auch schon schön oberhalb von dem Wasserfall ist auch ein Stausee ach, da ziehen wir wahrscheinlich auf der Kamera nicht und da ganz oben, wo der runter kommt, da ist auch ein Seil da drehen die ja immer, die stehen ja immer da oben drauf ja 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 dann geh mal da hin und bringst du mal runter hier ist doch die Polizistin zu Tode gekommen ne? ne? wie trauriger auch das ist ja gut, ne? ne ja 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 ne ne du ne na Amen. Amen.